Ein neues Video von TechnikBauer. Im heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr bei eurer Explorer XX Play einen Kontakt hinzufügen könnt. Wir haben euch in den vorherigen Videos die erste Installation und noch vieles mehr gezeigt. Heute zeigen wir euch, wie ihr einen neuen Kontakt hinzufügen könnt bei der Kinder Smartwatch Explorer XX Play. Und dafür müsst ihr eigentlich nur die App öffnen und hier auf Kontakt klicken. Hier geht ihr nun rein und tippt hier auf neuen Kontakt hinzufügen. Jetzt den Namen eingeben und die Telefonnummer. Jetzt könnt ihr noch ein Bild hinzufügen, wenn ihr das möchtet und mehr ist es auch nicht. Ihr müsst jetzt nur noch auf Speichern klicken und schon habt ihr diesen Kontakt jetzt hinzugefügt. Ihr könnt übrigens bis zu 50 Kontakte hinzufügen und nur diese können dann auch das Kind anrufen oder das Kind kann dann nur diese auch anrufen. Habt ihr Fragen zu dieser Anleitung, dann verwendet euch doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr auf dem neuesten Stand. TechnikBauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.